und damit herzlich willkommen zum re-re-re-match oder nicht-re-match je nachdem wo er zuguckt guckert weiß nicht was er hochlädt aber ja wir haben schon mal ein paar mal probiert gegen irse nicht normal und es ging immer irgendwas schief und dazwischen und läuft noch alles gut hoffen wir mal keine sorge ich bin schon mal alles klar du bist jetzt die orks ok ich hab jetzt genug menschen gesehen erst mal und ich muss mir da noch aus angucken ich werde sich den fehler noch mal machen und diese tyranne ausbilden kein fall ich weiß nicht vielleicht schneide ich die letzten zwei aufnahmen irgendwie zusammen oder so ich glaube da mache ich noch mal ein extra video wo ich das noch mal zusammen hatte vielleicht mache ich das so noch mal schade siehst du einfach machst machst du einfach so ein bild von der prostata vorsorgeuntersuchung und von patienten machst du dir so so dass dein bild rein dein gesicht reingefotoshoppt und hinten siehst du bloß aktivischen blizzard so als arzt so reingreift ich glaube da werde ich immer gestrickt das kriege ich glaube ich nicht durch aber gute idee gefällt mir kann es ja mal probieren tatsache die peons hören sich jetzt wirklich um einiges ernster an und die sehen halt auch um einiges seriöser aus aber was ich finde bei den gebäuden wenn die wenn die sachen bauen da ist ein kleiner baukran oder bewegt sich mit bei reforge das ist so cool und das ist du siehst du siehst du siehst du siehst du siehst das ist normale folgen die werden sogar schon geil ich sehe gerade wir kommen ja bloß interessant das ist so interessant doch nicht du sagst du sagst das fällt dir jetzt ein dass wir dort nicht bauen können oh man arbeit abgeschlossen ihr wollen so ähm hm hm bereit zur arbeit ho komm mach mal den mann genau ja jawohl du kannst das besser als ja willst du grunze aus oder was machst du als erstes ich mache jetzt gerade mal grunze ja mit den orcs bin ich eigentlich sehr sehr gerne auf troll also einzig auf hier ja genau troll berserker schamanen und kriegsdoktoren gegangen also die doktor noch für die heilsschutz zauber das war eigentlich immer relativ effektiv gegen smart habe ich da voll aufs mal bekommen mit seiner menschenkombi mit den mit den zauberbrechern die mit reingenommen hat weil da genau die ganzen buffs die ich mir extra drauf gepumpt hat einfach sich selbst gesnackt das war das war schon leicht schwer er ist ein dreister bursche das müssen wir ihm lassen ja aber wir haben ihn gern du zumindest ne doch was schon für nächstes mal ist schon echt cool vor allem hat es mal auch mal stimmt das habe ich auch gar nicht aufgenutzt habe ich auch nur gestriebt als wir mal seine karte gespielt hatten da der auch mal selbst einer stellt ja und haben die zusammen gemacht und das fand ich fand ich auch geil die arbeiten ja auch momentan so an anderen karten so und wenn die fertig sind möchte auch mal reinschauen weil die karte hat er ja extra für mich gemacht das musst du dir mal überlegen hat sich die beiden haben sich zusammen zwei wochen oder drei wochen zeit genommen und haben die einheiten alle designt und alle namen gegeben es gibt sogar ein item was extra für mich entwickelt wurde quasi was sie gemacht haben das fand ich so geil wir haben übrigens schon mal gesagt smarty es kann gut sein dass er vielleicht mal demnächst mitspielt hat man gefragt ob man mitmachen kann wir haben gesagt wir machen jetzt erstmal so ein bisschen so er spricht nicht mal was gegen dann mal mitzunehmen also wenn wir demnächst mal noch ein paar runen warcraft spielen genau wäre das wahrscheinlich komm schon scharf explodiere ich will dein blut splattern sehen schade passiert nichts weder haben sie es dann entfernt oder ich glaube genauso wie die bei stronghold in der hd-edition da war da einfach auch kein getan solo mehr macht richtig öde gut dass ich die hd-edition nicht verwende sei froh man das ist das ist das ist gleich es ist gleich von 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 zehn von zehn auf zwei von zehn sternen runter ich habe das war direkt für mich in gründen ein negatives review zu schreiben echt ja vorsicht aber ich habe es mir dann noch nicht getraut aaron auf der gamescom zu sagen zumal kann er auch gar nichts dafür wahrscheinlich das ist natürlich eine miese position es ist sicher ach du liebe zeit wie viel hast du ist das der normale aber eine ganze menge gude da verfolgt er mich noch bis zur base zurück sagt mal was geht ihr mit dem es ist sicher arbeit abgeschlossen okay oh da ist ja hart was ja da ist ja baron morte es ist einfach ein allgemein todesritter also die helden haben hier nicht ihre namen also nicht die helden die man kennt von der kampagne das sind jetzt illidan ist auch einfach nur ein dämonenjäger also irgendein dämonenjäger stimmt da hast absolut recht benötigt ihr meinen rat auch heute also die haben ja ich glaube schon die haben sehr ähnliche farben sogar ich merke es gerade ja ich habe die so farbenmäßig ein bisschen zusammengepackt ich habe mir gerade gedacht seit wann die untoten jetzt bitte hier die mutpriesterin ich glaube es waren fehler soweit vorzustoßen das neck der sich wieder hoch ich habe leicht ich habe da jetzt mal kurz reingefiedelt dass die gleich so aggro sind auch noch zu zweit kommen das ist ja mal ein richtiger gang hier bin ich jetzt auch gerade ein bisschen übertrieben und schon ein bisschen bereich dass die us-gas und der gewaltigen überhaupt zulässt es war es blizzard was aber auch den fehler gemacht den den sind schwegler heißt der hier sind schwengler das ist der südschwengler der schwengler von mit dem süd so ich bin ja auch mit half live reingejagt aber das ist gleich echt schon was zu beginn aber ich kurz mal ein gelinst habe da ist er so übel akku auf mich los das ist ja wahnsinn froh dass diesmal nicht ich derjenige bin der aufs ich muss das mal richtig drauf klarkommen was das abging ich schicke noch mal ein bisschen was aber ich bin der neue bauen jetzt frisst er wieder mit seinen gut herum und ernsthaft die zieht sich zurück ich dachte kurz da habe ich jetzt mal ein paar golems mitgebracht da ist der penner wieder das ist ja schon ein skelett das bedeutet er hat sogar schon kommenten tot so ich lass meine leute einfach mal bei dir ich glaube jetzt wobei ich gehe mal ich gehe mal kurz mir das ist das mobs holen wir brauchen wir ganz bei der nähe ist ich glaube das mit dem auch mein mond und ich weiß weil ich habe irgendwie so jetzt die ganz dumpfe vermutung dass jetzt gleich bei mir vorbeigucken wird ich habe jetzt gerade nichts um mich zu sagen ach du shit habe ich viel gold das wäre so ein satz den ich gerne mal im real life sagen würde warum ist die musik eigentlich so leise so okay gut ne hast du rave den haben wir mal überstanden würde ich sagen irgendwie ja also wenn ich ich lass jetzt noch so lange hier bis du sagst du brauchst hier nicht mehr das sollte eigentlich gehen mittlerweile aber ja das der ist halt auch nicht direkt auf knutschkuss bei mir ist der wahnsinn vorsichtshalber lasse ich die trotzdem mal noch scheiße ich brauche gleich die nächste goldmine ist jetzt richtig schlecht okay warte mal ich muss sie doch mal abziehen um irgendeine goldmine zu erobern ja kannst du machen ich soll jetzt soweit klarkommen aber bei mir in der oberen ist grad wirklich so ja natürlich klar denn soll ich dir helfen ne ne passt das sind bloß die paar dudes die keine ahnung warum jetzt auch wieder bis zur basis zurückkommen irgendwie hat alles gerade eine akku range von 5000 aufwärts oder so gefühlt wen soll ich was eben mag ich mir gerade richtig geil wo soll ich hin hin ich trottel ich hätte einfach das teleporting nutzen können ja schon bin ich dumm ey meine fresse die mörlocks von uns aber auch wissen jetzt ja hä wo kommst du denn her tja das ist ja witzig da kommen einfach knollenschläger die kommen einfach zu mir voll geil wo kommt ihr denn her sagt mal wo kommt ihr denn her so gut dann fertig so das ist ein auffüllungsdrang das wie lautet euer befehl ich glaube das foliant oben das was da war das kraftvolle hast du wahrscheinlich mitgenommen oder ich habe alles mitgenommen was ich kriegen konnte ich habe da jetzt drauf geachtet das passt passt ich achte beim nächsten folien drauf was es ist ja das nicht ich nicht ich das ja ich das ist brauchen. Okay, jetzt kommen sie wieder zu mir. Ich glaube, ich brauche wieder Hilfe. Okay. Ich glaube es nicht nur heilige Scheiße. Ey, was geht denn mit denen? Das ist schon echt krass, was sie da jetzt machen. Ach, das hält wieder da. Beziehungsweise beide. Ey, das sind eigentlich nur zwei. Also, nur eine hatte die andere ist normal. Wenn ich damit vergleiche, wie die letztes Mal bei normal war, das war ein Witz dagegen. Mein Held macht einfach nichts. Der lässt sich einfach abschlachten. Der lässt sich einfach abschlachten lassen. Die sind alle tot auf ihr. Ach so. Oh Mann. Der Arzt stand hinter mir. Ach so. Ne, doch, aber der Arzt stand hinter mir und hat mich getötet und ich habe es nicht mitgekriegt. Scheiße, Alter. Die sind alle direkt jetzt aufgegangen. Ja, also ich bin total... Also wie die da anfangs gerascht haben. Gut, okay, ich habe es selbst provoziert, aber dass die gleich so übelaggressiv werden, hätte ich euch nicht gedacht. Ach du Scheiße, ja. Das Game ist durch. Können wir nochmal restarten. Kann man eigentlich nochmal einfach neu starten und dann muss man da... Warte mal, ich gucke mal kurz das Menü. Ne, ich kann nur pausieren oder beenden. Hm. Okay, komm, ein Versuch machen wir doch. Ja, komm, ja. Wow. Gut, kann... Diese Aufnahme kann ich direkt in die... in die Fail-Sessions mit reinschneiden. Ey, oh Mann. Oh, Warcraft 3. In Anwendung ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Bitte beschreiben Sie, was Sie gerade taten, als das Problem auftrat. Nein. Ich starte jetzt das Spiel. Exquisimoire, bitch. Tja, weiß ich nicht. Biatch. Biatch. Habe ich ja morgen ein bisschen was zu schneiden hier. Ja. Dann warte ich mal, bis du wieder da bist. Ja. Was hättest du sonst anderes tun sollen? Ja, dann starte ich jetzt schon mal eine Runde, wenn du jetzt gerade nicht startest. Richtig, gell. Ah, warte mal. Kann vielleicht daran liegen, dass ich das Spieltempo auf schnell hatte. Und dass die deshalb schon so schnell am Start waren, kann es sein? Kann vielleicht auch sein, aber so viel schneller kam es mir eigentlich nicht vor. Ich glaube, schnell ist schon ziemlich Standard eigentlich immer gewesen. Das kannst du eigentlich so lassen. Gut, jetzt, also nochmal. Drei, zwei, eins. Soll ich es wieder, oder wie? Ja, wäre toll. Ich habe die letzten, okay, das waren ja alles Nichtaufnahmen, aber trotzdem, ich habe schon so oft moderiert. Ich glaube echt, ich habe es mein ganzes Leben schon gemacht. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich freue mich. Diesmal wird es was, sage ich euch. Aber jetzt bist du links oben. Interessant, jetzt müssen wir beide nach unten kämpfen. Ja, so viel ist es aber auch wirklich besser. Hier ist jetzt nämlich mehr Platz, weil das vorhin, da war ja, das war ja wirklich ein Spukreichweite. Also einfach nur, jetzt wenigstens ist ein bisschen Platz zwischendrin. So ist es tatsächlich auch wirklich besser. Okay, gut. Ja, wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, wir haben das hier gerade schon mal alles gespielt. Das war unser vierter Anlauf jetzt für eine vernünftige Aufnahme. Also ich weiß nicht, was du mit dem Material machst. Ich glaube, ich habe einfach alles raus. Okay, alles klar. Richtig vorproduziert hier, erstmal Warcraft, so 50 Folgen, Junge. Naja, also ich, ich, ich meine, das sind jetzt insgesamt drei verschiedene Folgen. Einmal das erste Spiel, was wir gemacht haben, wo er halbwegs gut lief. Wir brauchen mehr Geld. Der halbwegs gut lief, wir haben die Einführung dran. Ja, ich meine, was ja, ja gut, da war die KI einfach zu passiv, jetzt geht die zu sehr ab irgendwie. Die wisst auch nicht, was sie will. Ach, scheiße, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die eine KI vom Schwierigkeitsgrad her hochgestellt habe. Äh, nee, sind beide auf normal. Oh, Mann. Noch mal Rieser? Ja, komm, machen wir schnell Rieser. So langs, weil die nicht abschmiert. Alter, ich bin so durch, ja. Oh, man muss ganz dazu sagen, es ist 1.37 Uhr gerade. Hm. Na komm, das ist für dich wahrscheinlich totale Standardzeit, aber. Ja, so ein bisschen. Oh, meine Fresse, Alter. Nice. Gut, aber das, 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 das binde ich jetzt wirklich nicht ein hier, das lösche ich jetzt wirklich diese zwei Minuten. Oder machst du daraus auch eine eigene Folge? Ja, sieht man auch, sieht man. Der Running Gag einfach, wirst du so. So, passt eigentlich zum ganzen Film, was wir die ganzen letzten Folgen hatten, dass einfach nichts funktioniert. So, einer ist ja nicht, einer normal. Ja, das haben wir jetzt. Und die Map, hast du jetzt eine andere, oder? Oder was passt? Ah, scheiß drauf, haben wir jetzt eine andere, genau. Passt. Wir müssen noch ein bisschen Abwechslung reinkommen, wenn wir die ganzen Fail-Aufnahmen haben bei dir. So, du machst die Antwort. Drei, zwei, eins. Hi. Geil! Dass du wieder mit Abstaubst. Die Motivation ist raus, das war's. Ja, ja, Alter, ey, ihr arbeitet hier heute nichts mehr konservativ, ey. Wenn ihr unbedingt zuschauen wollt, bitte macht. Oh, Mann, ey. Die Nacht ist gelaufen, ey. Die Nacht ist gelaufen, ey. Ja. Einfach nur GG Nacht. Ich seh schon, ich geh um fünf dann ins Bett auf jeden Fall. Aber, was man dazu sagen muss jetzt, es läuft wenigstens der Start einigermaßen vernünftig. Wenn man wenigstens irgendwas sagen muss, ne? Dann wenigstens das. Alter, ist das dein Ernst? Du hast, hast du jetzt auf Spielgeschwindigkeit langsam gestellt, weil das ist ewig slow gerade alles, oder? Ne, hab ich nicht. Okay. Ne, ich nicht. Dann kommt's mir nur so vor. Da, also da, da hab ich jetzt wirklich explizit drauf geachtet, dass es nicht langsam ist. Wir brauchen mehr Gold. Und Ork mit Verstopfung, ey, unglaublich. So. Das kommt trotzdem irgendwie so lahm vor. Ne, äh, ich hab's, ich hab's nicht auf, auf langsam gestellt. Kann sein, dass ich's aufs Normal hab, aber nicht auf langsam. Aber jetzt, jetzt, restarte ich das jetzt hier nicht nochmal zum tausendsten Mal. Ist Marty denn noch online? Ja, der wäre noch online. Bereit zur Arbeit. Das kann ich. Arbeit abgeschlossen. Ah, jetzt machen wir's nochmal. Muss was getan. Muss mal geschrecken, bitte. Übergang. Ein Abend gescheiterter Träume hier. So, aber diesmal lässt du dich bitte nicht so schnell abschlachten. Ja, Entschuldigung, ich vergebe mein Bestes. Das ist total surreal, dass ich mir das mal sagen kann. Weißt du, eigentlich immer nur geschlachtet werden, wenn dein Team-Mate versagt. So, boah, bist du ein Opfer, ey. Ja, so ein richtiger League of Legends-Move. Ja, so richtig League of Legends-Move. Oder, oder vor Honor kann ich sagen. Das hat mir das Spiel gesagt. Das, das, das Spiel hat mir einfach so viele Lebensjahre wahrscheinlich geraubt, nachträglich betrachtet. Das ist Wahnsinn. Oder was halt auch der, was ist für dich so der absolute Tilter in einem Multiplayer-Match? Wenn, wenn dir irgendeiner was in den Chat schreibt, wo, wo gehst du richtig drauf ab? Oder was regt dich richtig auf? Was wär's bei dir? Eins von den Dingern, die mich am übelsten mit aufgeregt haben, ist, wenn du unglaublich, also wenn du, wenn du so, so Trollgegner hast, schon fast die ganze Zeit die nur verarschen, weil du, du hast einen übelst knappen, einen übelst knappen Niederlager gehabt, hast ewig gekämpft oder sonst irgendwas. Und dann siehst du am Ende von alles an, der schreibt GG Ease. Ja, Ease ist halt auch so eine Sache. Das ist Ease ist eins von denen. Aber was, was mich bei meinen Teammates, äh, früher immer brutal aufgeregt hat, war dieses Mate-Fragezeichen. So nach dem Motto, was machst du da jetzt genau für ne Scheiße? Was soll das jetzt? So, dieses Fragezeichen ist einfach so das, was mich halt auch immer super abtiltet. Aber ja, und dieses GG Ease, dieses Provozieren so. Wobei ich aber zugeben muss, dass ich das selber auch manchmal geliked bin zu schreiben. Vor allem, wenn es eine übel schwere Runde war und es dich einfach überhaupt nicht easy angefühlt hat. Ja, das auf jeden Fall. Also wenn es sarkastisch ist, merkt man es wirklich. Aber wenn du, wenn, wenn du genau weißt, dass das solche total, total trollenden Sackgesichter sind, gegen die du da gerade spielst, dann weißt du genau wie dir das mal einer, da geht dir auch einer ab, einfach nur. Aber so ne Runde, die einfach mal so zweieinhalb Stunden ging, dann so zu schreiben, ja, easy. Das find ich dann immer witzig. So, gut, gucken wir aber jetzt mal, ja. Ja, fühlt sich echt voll zeitlupig an. Aber hey, hab ich ein bisschen mehr Reaktionszeit. Wollt grad sagen. Das Schicksal wartet. Seht euch vor. Ihr seid noch eine richtig coole, versteckte Mine, oder? Ne, warte mal. Hä? Ah, doch hier. Ich dachte, ich hab gar keinen Zugang zum Gegner. Das hätt ich jetzt ein bisschen komisch gefunden. Das Schicksal wartet. Arbeit abgeschlossen. Meine Augen sind offen. Hä? Sehen heißt blau. So gut. So, die Illusion macht keinen Schaden, das ist natürlich doof. Das wäre jetzt. Illusion, das wäre heftig, wenn die Schaden machen würden. Meine Augen, was ihr wollt. Meister. Sieht sich zurück, ey. Bevor ich mich jetzt hier von Mobs töten lasse. Leuten an Vorhaut, ziehen sie sich sofort zurück. Komm an, dann Vorhaut. Komm an, dann Vorhaut. Benötigt ihr meinen Rat? Wenn schon, denn schon. Ja? Sehen heißt glauben. Was macht ihr denn für eine Scheiße? Der bettelt ja für mich darum, versult zu werden. Dieser Schlingel. Das kann ich. Ist ja, also... Benötigt ihr meinen Rat? Diese Wurtfetzen. Meine Klinge dürstet und trotzdem bleibe ich verdammt. Muss was getan werden? Muss was getan werden? Sehen heißt glauben. Nein, okay. Gut. Ist jetzt eigentlich nicht die beste Idee, beim Gegner reinzugucken. Wir wissen, wie das endet. Ich dachte, vielleicht kann ich nicht irgendwie beim Creep mal wissen, ob gerade seine 2.Base aufzubauen. 2.Base ist ein gutes Stichwort. Das ist ein sehr gutes Stichwort sogar. Genau das. Genau das. Hai, du. Ah, da hast du... Wer ist denn das? Das ist... Ein Ork. Irrsinnig. Ja. Der gerade mal so Checkmate vorbeiguckt. Ja, bekämpft dein eigenes Fall. Ja. Schade. Ich versuche den gerade die ganze Zeit einzukreisen. Was wir wollen. So. Die Redwood-Axt. Was wir wollen. Alles klar. Obergang. Ja. Hauptschule, Alter. Meine Augen. Das ist... Weißt du, das ist einfach... Das ist Plot-Twist am Ende. Die Orks sind einfach nur allesamt so... Hauptschule aus einer anderen Dimension. Finde ich valide, die Aussage. Hä, wie genau wollen die da jetzt hin? Wie genau gedenkt ihr jetzt da hinzukommen? Soll der bescheuert? Ja, sind sie. Okay, dann geht mal lieber dritte hin. Hm. Ist auch direkt ein Goblin-Laden. Das gefällt dir. Das gibt es Drachen. Genau das, was ich gebraucht habe. Genau. Alter, du hast die Biss in... Du hast den... Okay, achso. Das ist... Ja, der ist bei mir, ey. Der hat bei mir sein Lager. Das ist ja dreist. Das ist ja bei dir dort. Die Lage ist dann vorgegeben. Also, das ist... Mein Name müsste hier sein. Ja, ist schon klar. Aber was hat er... Was ist denn dann dort in der Lagefrage? Äh... Viel Zeug. Viel Zeug. Hm. Hm. Muss was getan. Arbeit, Arbeit. Alles klar. Hm? Wir brauchen mehr Gold. Das kann ich, was wir wollen. Hm. Das Schicksal wartet. Arbeit abgeschlossen. Meine Augen sind offen. Meine Augen sind offen. Das Schicksal wartet. Hallo. Was war denn hier? Gar nichts. Super. Tschüss. Ich, wenn ich versuchen will, zu kaufen. Ich wollte gerade schon sagen, warum macht ihr jetzt die Mine dort nicht? Warten. Was wir wollen, das Schicksal wartet. Hast du struggles, oder? Äh, nur mit Einheiten, Kollisionen. Also, alles gut. Das ist klassisch, Schmorkraft einmal. Alles wie immer. Oh, das ist doch gar nie wie viel sich gehalten. Jetzt haben wir hier ein paar Ogre. Hat er... Das kann doch nicht sein, dass er echt keine... Oh, jetzt hat er... Meine Fresse, Alter. Äh, dass die dann hier einfach mal beiseite gehen können. Unfähig. Keine Heiltränke, nur eine Heilungsrolle. Toll. Wen soll ich tönen? Meine Augen sind offen, was ihr wolle. Forschung abgeschlossen. Was? So. Ich versuche diesmal auch ein bisschen auf Flugeinheiten zu gehen. Mhm. Wache für Sultrin. Benötigt ihr meinen Rat? Was soll ich tun? Wo soll ich denn hin? Ja. Das kam gerade auch gut. Niemand wird überleben. Okay. Ha. Erwischt, die Sau. Okay, die Töme möchte ich noch was bei... Ach, stimmt, jetzt ist es dunkel, als gut. Genau, darauf habe ich gespielt. Arbeit abgeschlossen. Ihr wartet. Oh, das wird weh tun. Ja, das wird ja nicht schocken. Oh, nee. Oh, das sind sogar beide. Okay, die laufen gerade echt im Team. Ich bin mal weg. Äh. Jetzt ist der Schmerz. Was? Menschen sind das, ne? Menschen und Orcs. Komisches Bündnis. Habe ich noch nie gesehen. Meine Augen sind offen. Mobiler Magie benutzer beherrscht Feenfeier, was die Rüstung einer Gegner schnauer verringert und sich verringert. Ja, das ist ganz cool. Muss was getan werden? Was ihr wollen? Alles klar. Sehen heißt glauben. Ach, hier habe ich noch gar nicht. Das Schicksal wartet. Benötigt noch mein Zorbert. Mir mangelt es an Gold. Das ist schlecht. Ja. Die großen Winde führen mich her. Okay, da hat einer Influen. Nee. Flatulenz. So. Benötigt noch mein Zorbert. Influenzen. Forschung abgeschlossen. Vielleicht sollten wir das eigentlich auch tun, zusammen rumrennen. Ich weiß aber nicht. Dann sind wir halt entblößt, so. Gut, das habe ich nicht einzuwenden. Das war spontaner Stickens-Tot, alles klar. Ja. Kommt euch das von letzter Zeit. So, mal gucken, ob ich den gleich nochmal erwisch. Muss was getan werden. Gott, er braucht ewig zum Ausbilden. Ja. The Great Storms. Ich bin bright. Wir brauchen mehr Heiß. wieder das gleiche Spiel. Sauber. Kostet alles Geld. Du machst das gut. Dankeschön. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich bin auch sehr stolz auf mich. Du bist weird. Ihr wollt Angst? Meine Augen sind offen. So. Ist der IgE dann jetzt endlich mal am Start hier? Kommt ihr zwei dann auch mit hin und dann passt das. Der marschiert einfach durch. Arius der Reine, Alter, habe ich kurz gelesen. Er ist Aureus, oh Gott. Der reine Ari, er kommt vorbeigerannt. Ich habe mal sowas vor, ne. Arius der Reine, ey. Meine Augen sind offen. Seht euch vor. Sehen heißt glauben. Das Schicksal wartet. Sehen heißt glauben. Wunderbar. Wir schlagen zu. Und ihr fangt. Zack. Wir schlagen zu. Oh, Dunkelheitskugel. Erhöht den Einkaufsschaden an der Sendung um sechs. Gefällt mir. Sechs gefällt mir auch, muss ich sagen. Tolle Sache, sag ich dir. Äh. Ich habe gar nicht. Was weiß ich jetzt nicht? Ja, jetzt ist es tatsächlich so, jetzt einfach, einfach nur drücken und gut ist. Geringer, dunkler Diener. Du bist echt ganz schön gering. Ich habe da jetzt echt eine ganz schön schlagkräftige Truppe. Ich würde da jetzt schon mal, äh, zumindest bei dem Ork würde ich mal jetzt, äh, wenn du es mir gestattest, Herr und Gebieter. Ah, weil du es so nett gefragt hast. Ja, gut. Geil! Dann geht es richtig los! Dann geht der Bruder jetzt los. Schade, ich habe jetzt tatsächlich einen Garant verloren. Was war das? Kannst aber, wenn du bei dem unten beim Roten vorbeiguckst, den kannst du jetzt wunderbar überraschen, weil der ist jetzt bei mir oben. Da hat sich auch seine Teleportrolle dafür verbraucht. Der ist aber blau. sag ich... muss das이면 ja... Ja, 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 ja... Es ist spätig, es ist ok. Ja? Hm? Das Schicksal wartet. Oh, 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 oh! нужn mal, der hat seine Rolle noch nicht gewielle gehabt, der hat die jetzt genau genutzt. Ja gut, und hat noch plötzlich sein zweiter gekauft. Und doch sicherlich sowas macht. Das geht auch? Ja, man kann sich beim Shop eine kaufen noch. Finde ich fies. Was macht der? Komm, ich mach mal ein bisschen ins Bidder. Das war's mit meinen Helden. Was sind das denn für Dinger? Schlangenschutz? Ja, die kann der... Stimmt, die hab ich eigentlich auch mal ganz gerne verwendet. Ich hätte aufstatt dem eigentlich auch den Schatten. Ich bin... benötigt ihr meine Rat. Das ist einer der Dork-Helten, der die aufstellen kann. Der Neue aus dem großen Vornedon. Der hat dort alles komplett ins Nirvana gewastet, was ich dort hatte. Mal gucken, ob er nochmal helfen kann. Das hat mich auf jeden Fall da jetzt ziemlich gekostet. Aber gut, ich hab... Konne ihn vielleicht jetzt ein bisschen ablenken. Benötigt jemand die Rat. Ja, der weiß jetzt gerade richtig seine Truppen. Übel, sag ich dir. Ich hab immer noch nicht... Muss was getan werden? Und ich kann's mir immer noch nicht leisten, meine Güter des Geistes. Aber so im Wahnsinn. Was wir wollen. Was wir wollen. Meister. Sehen heißt glauben. Tja. Das Schicksal. Stimmt, ich kann dir sowieso einsetzen. Meine Augen sind offen. Das Schicksal. Wir werden angegeben. Hm. Ich bin bereit. Das sind mir gar nicht so viel Holz, wie ich will. Ich war aber schlecht. Ich geh doch nichts über einen kleinen Völkergenozid am Morgen. Völkergenozid am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Richtig. Ich bin bereit. Gut. Ja, der greift mich jetzt auch an. Hm. Nice. Oh je. Moment kurz. Ich schau mal, was ich machen kann. Euer Befehl. Der verbündete Stadt wird angegriffen. Oh, das sieht gut aus. Oh nein, Alter. Meine Bäume kippen da ja wie um nichts um. Wie Bäume kippen die um. Die kippen um wie Bäume? Ja. Alter Schwede. Ich blick da nicht mehr durch. Ich könnte da jetzt nicht mal vernünftig nach Helden suchen. Ja, das Micromanaging mit dem Schlachtgetümmel ist immer so richtig schwierig. Da habe ich auch mal meine Probleme mit. Was du mal machen könntest, fast bei deinem Mundbrunnen, die du hast, das Automatisieren. Das Heilen. Einfach rechte Maustaste drauf. Hä? Ah, cool. Geht mit vielen Fähigkeiten, die so einen Kringel drum rammen. Weil zum Beispiel auch hier das, ähm, Beschwören. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Oh, jetzt kommt der Mensch auch noch dazu. Weil wir noch nicht genug Besuch haben. Ja, das war's. Fast von meinem Lager wird nicht schlecht. Jetzt mach mal die Schlangschütze weg, das nervt. Wenigstens bringt sie XP. Der hat immer noch übst Bock. Ja, hat richtig Bock, ja. Jetzt kommt der halt wieder mit Flugeinheiten und so ne Scheiße, oder? Ja, stimmt. Kodus werden auch ne Idee. Wäuchte ich den Bestienshit. Ist doch mir klar, dass das falsch ist. Alter Falter, da wollt's jetzt wissen, ey. Da kommt der ja schon, bitte. Du hast hinter meinem, äh, Urturm des Krieges noch einen Troll rumstellen. Äh, ah ja. Ja, super, wäre ich jetzt. Der tat jetzt sogar einen Rotfunker drin. Also die KI ist verdammt gut im Micro-Management. Dass ich euch noch zurückziehen kann. Äh, ich hoffe der Heilbrunnen ist frei. Ich bin bereit. Ja, Häuptling. Danke dir auf jeden Fall. Das wär jetzt hier, das wär's gewesen mit meinem Lagerloch. Ja. Ja. Da kennen wir es erstmal. Ich glaube, du solltest jetzt zusehen, dass du den dort oben besiegst. Ja, ich war grad mitten dabei. Also der war ganz kurz vom Kaputtgehen. Jetzt hab ich dann ein bisschen, mich zurückziehen noch ein bisschen nochmal. Aber ich glaube, der kann sich nicht wirklich erholen können. Was verlangt ihr von mir? Arbeit abgeschlossen. Ich versuche jetzt hier einfach noch die Stellung zu halten. Man, der ist durchbrüchte nicht mal Heilung eigentlich. Alles klar. Wir brauchen mehr Holz. Was soll ich tun? Ah, okay. Ich versuche doch eine Blockade zu bauen. Wird er mich überraschen? Dieser Schlinge. Er hat es vielleicht vor. Wie soll man denn da hinkommen? Es gibt hier eine Mine, an die man nicht rankommt. Das ist ja supergeil. Die hat man einfach unzugänglich gemacht. Muss man sich da durch den Wald klopfen? Da kommt man einfach nicht rum. Nee. Das geht aber auch nicht. Der haut auch eine Einheiten, wenn wir nach der anderen raus. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hm. Ja, komm schon. Wir werden bald abgeschlossen. Ich brauche aber eine maximale Ausbildung schon. Hm. Mein Leben für die Horde. Hä? Was wir wollen. Wo soll ich hin? Meister? Wie lautet euer Befehl? Wir werden angegriffen. Sehenfalls, glaube ich. Oh, ich mache jetzt mal so acht Chimean, Alter. Okay. Mit ätzendem Atem. Irgend so eine krasse Flugeinheit anscheinend. Mal gucken. Ja, die Chimean sind ziemlich gut, ja. Was soll ich tun? Ich hätte noch meinen Teleport. Du musst Bescheid sagen. Ja, machen besser mal. Ski. Aber jetzt kommt es sogar mit der Menschen mit. Okay. Da ist sogar ein Lied zu uns ein Lichtlein mitgekommen. Ist ja witzig. Na, da gebe ich jetzt mal die Buff-Einheiten mit dazu. Kann ich eigentlich auch den. Ne, Helden verschlingen kann ich nicht. Ach, natürlich war das nur ne Gestalter. Der Echte ist sowieso nicht mehr da. Ne, der ist nicht mehr da. Ja, mein Gott. Jetzt hab ich ein bisschen viel Co. los. Boah, wie lange das dauert für die Verforschung. Ich bin doch nur meinen Heilsschutz-Zauber endlich. Jetzt bin ich froh, dass ich mich mal revanchieren konnte. die haben flugzeuge die koppel in zwei jane kratten helden abgesetzt jetzt gerade nach bühnen läuft zu deiner zweit base okay die haben dort diesen troll hellen abgesetzt gerade macht manchmal wirklich komische sache ja da läuft ja dein ägerin steht am weg ich baue dir mal in deiner basen mondbrunnen nicht so schlecht mein schamann werden jetzt sehr gut jetzt jetzt kann ich schon mal eigentlich machen dagegen hatte keine zauberbrecher dabei ich will noch ein bisschen geschädigt was das angeht oder der da kommt mit seinem mit seinem helden wieder zu dir mit seinem hatte dort wo meine hier da der klingmeister jetzt sind die jetzt in der vier klingmeister der hat irgendwie an jedes was sind das bilder das waren es war einer und dann hat er irgendein move gemacht macht oder eher nicht macht das war nicht auf jeden fall fies aus der streikt jetzt einfach mal er hat jetzt den freitod gewählt oder kommen da kommen wir jetzt mehr da kommen jetzt einige ja gut ich komme mal drunter ja ich schickte aber ein bisschen was ich höre den ruf und die heilschutzzauber und neben denen dann vielleicht auch ich würde die die mit dem drachen und so ich würde die das lässt die gruppe mal verfolgen und dann war das menschenlager halt angreifen wir sollten uns eigentlich wirklich machen weil wenn der blaue sich wieder aufstellt und dann mich angreift dann sieht es schlecht aus und spricht aus ja jetzt hat er tatsächlich seine piste aufgebaut aber gut wird nicht so schade dass er jetzt sagt hier ich hab's auch kriegsball ausgegraben damals das war immer so schön bei den bei den tauren häuptlingen da hat es hinter dem beschworen dass er immer gesagt die axt im haus erspart den zimmermann ja ganz gerne mal was ich hier für die sechs sprüche reingehauen worauf steht euch der sinn wir sind heute aber auch nicht so schlecht wir müssen arius den reinen besiegen jetzt müsste er eigentlich auch mit ressourcen am ende sein also er hat jetzt auch seine einzige expansionsgottmine verloren meine augen sind offen wie kann ich dienlich sein meister das ist ein riesiger konvoi irgendwie haben oder der blaue der blaue schickt jetzt wieder seine gruppe aber wir sind in der überzahl also die müssen wir jetzt platt machen ja ich glaube die zerhauts jetzt ziemlich gut haben die stimmt war das jetzt wegen diesen angeblichen rassismusvorwürfen richtig ich merke nämlich gerade dass die trolle gar keinen jamaika akzent mehr haben das war irgendwie immer cool gab es da irgendwelche da gab es einen typischen aufschreibe werden wir im 2019 2020 da gibt es immer ein aufschreibe irgend irgendwas was mit sowas zu tun hat und ja da gab es irgendwie ein aufschreibe von wegen dass das ist ja irgendwie diskriminiert ist weil die jamaika akzent haben ich fand es immer lustig das hat irgendwie zu den treuen gepasst holla ich schicke jetzt auch eine armee nochmal hin ich will das jetzt besiegt werden ich will das jetzt besiegt werden das dingo führts meine klinge so da hätte ich gern noch einen waschermann dabei ich will das doch nicht aber warum baut der jetzt eigentlich nochmal ein narathaus dahinten hin ja gut fragen über fragen man jetzt könnte ich so guten erdbeben rein machen aber es ist ja nicht mehr da der dude es kommt erstmal haufen chimären angeflogen wir werden angegriffen doch ich habe die ganzen drachen ja der sieht so geil aus macht mich ja ein bisschen spitz muss ich sagen na 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 aber ja schon alleine einmal normal einmal schwer ist doch nicht herausforderung aber ich schicke mir dahin da merkt man geht langsam das gold aus glaube ich keine großartigen expansions punkte es ist die frage ist jetzt besiegt der mensch woran sieht man das jetzt ich glaube das noch nicht besiegt würde sonst irgendwo stehen ich dachte ich glaube schon ja ich weiß nicht was da los ist irgendwie hängen die ist die verbindung irgendwie schlecht oder liegt es an der geschwindigkeit irgendwie verhängnis verhedern sich die einheiten untereinander einfach gerne mal einfach so einfach so kann aber auch sein das ist aufgrund der masse einfach gerade so schwierig manchmal manchmal reagiert auch einfach gar nicht dann stehen die erstmalig rum bis dann mal was passiert hier ist zum beispiel eine goldmine wo keiner so ankommt gut der teilt dort noch ein lager kommt jetzt drauf da er den bürsten war jetzt weg ich komme auch noch vom norden hier mit meiner gruppe und dann nehmen wir den schönen die zange schöne klassische zangen bewegungen richtig geile feuer zangen bewegungen richtig geile feuer zangen bewegungen vor allem der willst du in die richtung flüchten wo ich jetzt herkomme perfekt der ignoriert mich einfach du knecht bleib hier und kämpfe ha ha du bist mir die falle gegangen geht aber weiter soll ich da nämlich ernst das kann ja wohl nicht wahr sein jetzt stellt er fest auch steht da ist ja gar kein gold mehr gut dann gehe ich jetzt mal wieder zurück was verlangt ihr von mir nutzt meine markt nutzt mich meine mache ich meine meine machen so viel fokus dass hendry auf euch stolz wird hendry fort mit seinem fortfokus war ein solides match das war tatsächlich oftmals spannend ja ich hätte eigentlich das war viel früher entschieden worden aber dann haben wir sind ja welt bei dir eingefallen dass ich dann aber auch der mensch so schnell wiederholen konnte von dem was er gerade ich beim angerichtet hat habe ich tatsächlich gewandert aber ich hätte jetzt auch langsam probleme bekommen im gold wer jetzt losgegangen jetzt kürzlich wieder abhilfe geschaffen aber ja ich weiß was du meinst stimmt das ding weiß ja epische schlacht noch mal zum ende zumindest ja ja das heißt wenn die ganzen scharmen ihr kommt ein bisschen zu spät und leider reißen mich schon was neues 40 prozent seit schon heftig ach so ist deine ich wollte dieses schlangenvieh schon wieder instinktiv angreifen ich wollte dieses schlangenvieh schon wieder instinktiv angreifen ja gut das war jetzt ordentlich aber das hat jetzt auch spaß gemacht ja das war das war auch spannung drin da gab es einen richtigen mehrwert für in diesem video ja finde ich cool ja schau mal rein und dann wenn ihr Bock auf warcraft mehr warcraft habt dann lass doch gern ein like da wie viel holz hast du gesammelt und ich dachte ich habe hier eine eine waldvergewaltigung eine vergewaltigung gemacht aber das ist ja richtig heftig wo siehst du das jetzt gerade gibt es irgendwo nochmal statistiken gibt es am ende wenn du auf beenden gehst hast du hier nicht warte als spiel beenden muss ich mal heute ja einfach beenden also dann nicht auf weiterspielen gehen mission beenden okay ah ja cool da bin ich nicht gewundert warum sie so viel mehr Rohstoffpunkte hast aber du hast halt wirklich Holz gefällt ohne Ende gut mit den Elfen kannst du ja auch wirklich Bäume lutschen ohne Ende richtig das ist schön aber trotzdem hat der Ork trotzdem mehr Holz gesammelt als ich das ist schon bitter ja aber es war auf jeden fall schön ausgeglichen also das fand ich halt cool ja wunderbar alles klar dann bedanke ich mir auch mal fürs zusehen und wir sehen uns ja bei weiteren ich meine ich habe mir beispielsweise könnte ich noch mal die nachtelfen spielen wie gesagt smarty kann noch mal mitmachen und dann gibt es demnächst höchstwahrscheinlich noch mal schlacht und mitlehrte 1 im multiplayer das wird sich auf jeden fall auch immer das wäre auch geil alles klar vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal bei bei ciao